und damit recht herzlich willkommen auf meinem rochsten kanal ja freunde dachte ich mir da gleich noch kleines indie horrorspielchen heute spielen wir die demo von alone und wer schon mal auf meinem kanal war da weiß dass ich vor etwas längerer zeit schon mal eine demo von alone gespielt habe und jetzt ist ein weiteres update rausgekommen wenn ich mich recht erinnern kann geht es mit dem spiel darum wir sind so eine art ich glaube wir sind ein wissenschaftler und ein virus hat die menschheit befallen wir sind auf der suche gewesen nach dem gegenmittel und wir haben das gegenmittel gefunden aber dann war es zu spät es war zu spät weil der virus hat alle menschen dahin gerafft und jetzt sind wir glaube ich auf der suche ob es doch irgendwo wenn welche gibt menschen ansonsten sind wir alone allein ich würde sagen wir starten einfach mal mir hat das spiel damals sehr viel spaß gemacht weil so ja selten 9 o'clock in the morning ich muss erst mal wieder hier rein funsen ah das sind mir glaube ich das sind mir war stop das sind mir glaube ich ich muss erst mal wieder da irgendwie rein funsen ich muss erst mal wieder da irgendwie rein funsen ich bin in love with you because you love me when i couldn't love myself hier sind umschauen wie gesagt wir sind auf der suche nach weiteren überlebenden jetzt können wir hier hoch jetzt glaube ich zu dieser komischen station wenn mich nicht alles täuscht was ist es hier hier habe ich auch eine Note oder Note New virus oder virus attacks the u.s. The new virus Fynfoma has developed and is killing many civilizations across the u.s. scientists don't know what the causes but they are currently looking for a cure it's a new Ebola the president Wie ich euch schon erzählt habe, es geht darum, Virus, die Menschen dahin gerafft. Wir waren auf der Suche nach Gegenmitteln. Wir haben es dann erst gefunden, wo es leider dann schon zu spät war. Mal ein bisschen umgucken hier. Wir müssen irgendwie nachher zur Radiostation, wenn mich nicht alles täuscht. Wir gehen mal weiter nach links. Oder habe ich irgendwo eine Note übersehen vielleicht? Ah, da ist noch eine Note. Ist jemand da draußen? Wenn jemand dieses Manage sieht, kontakt mich auf 582 4177. 4177. Ich glaube, ich muss mir das merken. Ich muss mir das mal aufschreiben. Wo ist es nicht mehr? 4177? Nieh... screen... ...drei... Falschtau mal aufgeschrieben. Wir gehen nach links. Ach das ist nichtございます. I need to fix the radio tower it's my own but that's my only way to contact other survivors nothing can kill me it's coming to it I'm so sorry I said I wouldn't do this but there's no use I'm alone there's no one left this is no way to live good-bye world suicide a key actually said let's command this station again oh and a note daddy when you're coming home where's mom why isn't she answering her phone please answer I'm scared moment 808 808 is the 8808 nice what is that all is not here is there anything else? is there anything else? is there anything else around here? anything else? anything else? no anything else? so now we go to the radio station now we can fix here something else here was irgendwas was ich nicht ganz kapiert habe das ist das ist das ist das ist das machen wir hier mal fenster? hier war irgendwas was ich tun muss oder? ich weiß es noch hier war doch irgendwas was? pull the lever to begin ach so washington idaho ah das war diese so ein komisches rätsel ähm hm launch signal no one signal found ich weiß jetzt nicht was ich tun muss wir haben ein signal gefunden hallo 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 wir gehen mal wieder zurück oh es ist nacht geworden und letztes mal in der ersten demo konnten wir ja nur ähm ich glaube den ersten tag spielen mal schauen wieviel tagen wir jetzt spielen können so wir gehen mal zurück nach hause also gehen wir zurück nach Hause I need to find some way to show them, that I'm here. Also wir müssen uns jetzt irgendwie bemerkbar machen, dass wir jetzt noch am Leben sind und diese anderen Überlebenden finden. Also ich finde das Spiel richtig cool. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, oh, ja, spielig gemacht, nicht so der Burner, aber mir macht es richtig Laune. Eben weil, wenn man so den Hintergrund sich betrachtet, was es hier geht, dann ist es schon ziemlich, weil es kann ja jederzeit so kommen, ne, heutzutage. Oh, Flaschenpust. Don't believe them. It was them. This is their fault. They did this. Listen to me, I'm not crazy. They are trying to kill us. All of us. Save yourself. Also wir sollen ihnen nicht glauben. Und wollen uns alle töten. Wir sollen uns selber retten. Aber wir gehen mal da weiter. There is a lighthouse over there, I can use its light to signal other survivors. Nice. Wie gesagt, ich weiß, es ist nicht das grafische Highlight, aber es macht richtig viel Spaß. Weil es gibt das zum Rausfinden, es ist, es kommt keine Langeweile auf, es macht, es macht, ich finde es cool, cool. Wir müssen wieder zurück. Wieso, wieso kann ich doch hier mit der Leuchttung nichts machen? Schade. Move mouse wheel downward to row the boat. What? Nice. Keep going. Oh. Dum, 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 dum. Keep going. Oh, wir müssen rudern. Jetzt muss ich mit dem Mausrad spielen. Ja, geht's doch. Wir rudern. Ich glaube es aber nicht. Keep going. Ich kann nicht so schnell rudern. Da könnte man mal zwischendurch was trinken. Denn wenn wir am Rudern sind, muss man was trinken. Ich muss am Mausrad drehen. Oh. Oh. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. What? Cool. Also wir sehen jetzt an diesem Leuchtturm. Was ist denn das? Gibt es hier eine... Oh. Was es hier alles gibt zu erkunden. Was ist das? Ventilator? Was ist das? Nichts. Das ist auch nichts. What? Feuerlöscher? Was ist das? Oh, was zum Trinken. Was ist das? Was ist das? What? Was habe ich getan? What have I done? Wir haben es nicht angeschaltet. Ah, das ist die City. Das ist die City. Also wir haben auf jeden Fall mal den... Jetzt kommen wir da hin. What a nice view. Hopefully this is... gives the message. I will find them. Da bin ich mal gespannt, ob man die findet. Even it kills me. How is it? Thanks for playing the demo. The full game will be available this summer. Nice. Ja, Freunde der Nacht. Das war... Hello. Tag 1 und 2. Day 1 and Day 2. Great game. I love it. I love it. I love it. I love it. Also mir macht es richtig viel Spaß. Und ich bin schon mal gespannt. Diesen Sommer... Wir haben ja eigentlich schon einen Hochsommer. Wann das herauskommt, die Full Wars, die werde ich auf jeden Fall ausspielen. Egal, ob es jetzt jemand gefällt oder nicht. Weil mir macht es richtig viel Spaß. Oh, sorry. I can't speak the name. I call you Aaron. Great game by Aaron. I love it. Thanks a lot. Music by Sophia Nocabo. In Game Ambience by Ubisoft. Nice. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin natürlich schon sehr gespannt, wenn die Full Wars draußen ist, wie es weitergeht. Weil ich möchte wissen, wer die anderen Überlebenden sind. Ob wir sie finden, ob wir sie nicht finden. Not bad. Cool. Und ich bin selber nur zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Das war... Alone. Die ersten zwei Tage auf der Suche nach weiteren Überlebenden, nach dem Virus. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet werdet auf meinem Rusty-Gerai. Bis zum nächsten Mal. Ich sage tschönen, vielen Dank fürs Zusehen. Euer Rusty. Genießt ihr Leben und join ihr live. Habt Spaß miteinander. Verhaut euch nicht. Das Leben kann zu kurz sein. Genießt es. In diesem Sinne. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Ciao. Euer Rusty. Thank you and goodbye. Das war... Hello. Das war... Das war... Ich sage nein. That war... Vielen Dank.